hey freunde und willkommen zur tagesaufgabe berge in misty meadows ein koffer mit beweisen starten wir mal in einem match ich markiere euch das mal hier für die leute die es nicht wissen so und zwar gibt es drei koffer von denen ich weiß zeige ich euch mal fix angefangen mit dem hier hinten am brunnen beziehungsweise rechts vom brunnen hier auf der ecke liegt er der erste so laufen wir gleich weiter zum zweiten so dazu müssen wir hier hoch und dann gleich längs auf den tisch unter dem schirm da ist der zweite so für den dritten müssen wir hier wieder runter kurz interagieren und schon ist hieraufgabe abgeschlossen wenn ich euch damit weiterhelfen konnte lasst mir gerne ein like und ein abo da und bis dahin sehen wir uns zum nächsten clip tschau